So, 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 so. So, it's absolutely simple, what I have to say to you. That's what my teacher said to me. And I'm still deeply discovering the reverberation of that. And it's simply stop looking for what you want. Not cynically stop looking for what you want. Because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down. But innocently, openly stop looking for what you want in this moment. Not tomorrow when you have it. But in this moment, to take one moment, whatever it is you want, however mundane or profound, and just stop looking for it. And you will find more than what you could ever want. Because more than what can be wanted is already who you are. Too simple to be grasped. But absolutely, completely realizable. If, and it is a huge if, of course, you are willing to give up your hope that what you want will be found in the next thought. Or the next activity. Or the next day. Or the next man. Or the next woman. Or the next teaching. Or the next experience. So that's huge. That's the challenge. It sounds a bit different, right? Blessedly travel to Australia. To challenge you. In that direction. That directionless direction. You know, directionless direction. That finger down. It's so simple that it has to be said over and over. Because it just slips right by the mind. And if it's said over and over and in enough ways and then not said. It can just be revealed. Not as something new. But as something absolutely fresh. Not new, but fresh. Who you are, is not new. But it is always fresh. Who you think you are, is old and dead. Let me just keep trying to think, think it a little better. Squeeze some life. The old one is. The old one is. It is. Because that's really the basis of what I have to say. That's really the basis of what I have to say. It's not a teaching. It's not a belief system. Weaknessurism. Weaknessurism. It's not a way to live your life. It's not a should stop. It's not an if you stop, you will be rich and famous and universally loved and never have a sad moment. None of that, I promise. But if you're willing to investigate for yourself without believing it or learning it or hoping to get something from it, just a pure investigation out of the natural curiosity of the human mind. Just to investigate for yourself, what is here, when I stop trying to get anything. That's totally right. And how much of that is here? And where does that begin? And where does that end? And then the question, am I willing to trust that? And then the challenges get very big. But we'll get to that later. Any questions about what I just said? What? Let me say it again. You are already are everything you want. Only maybe not in the way you imagine for yourself. For you are. For you are. For you are. And it's that imagination itself that keeps you from discovering that you already are everything you want. So if you just take this evening as an experiment to give up any imagination, any image of what you need to be totally fulfilled, just give it up. It's just an image, just a thought. Maybe a spiritual thought, maybe a worldly thought, a relationship thought, a career thought, just give it up. And directly discover what's here, unthought, unimagined. How was that? Good. 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 The old is over. Smoke weed every day. Buh-du-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Yeah, I would say. Kids? Kids from A10b? Did you know all of that? Smoke weed. And all the problems are solved in the air. Holy fucking Moly die Mimik Alder ich sag die hatte was intus und auch also jetzt nicht als als absolute Scherzantwort dieser wirklich aus als hätte sie irgendwas intus totale Erfüllung hört auf Ziele zu haben eh gut Wohl Spaß wenn ich in die Nähe dieser Stadt komme droppen die FPS Gott weiß warum alles andere ist fein aber die Stadt ist scheiße es gibt so Stellen da äh so wir gehen jetzt auf den Berg hoch Schnauze voll hier genug Rätsel für den Rest meines Lebens ähm nein aber es gibt so Stellen wo der Sound einfach total stirbt ich muss mittlerweile sagen ich hab mir auch schon mal ähm den Anfang von beziehungsweise als Leute angefangen haben das zu streamen mittlerweile mal angeguckt äh weil das Leute am Anfang mir was wegspoilern ist nahezu möglich weil ich diese ganzen Anfangsrätsel abgegrast hab eigentlich ähm und die hatten zum Beispiel in diesem ganz am Anfang in diesem Häuschen wo die äh Striche so parallel von zwei Seiten man halt eine Seite bedient und auf der anderen Seite kam das einem dann so entgegen ähm da da hatten die keine Soundprobleme ich weiß nicht woran es liegt keine Ahnung wie sagen die Stadt bringt mir FPS Probleme auch da wird der Gottmuss hauen so jetzt können wir hier können wir nochmal gucken es ist halt schon ziemlich schön ne es ist schon ziemlich geil ziemlich schön das kann man nicht anders sagen so ich würde jetzt mal behaupten naja was ist denn mittlerweile das hier hinten auch ach gatt natürlich haben wir noch nicht ganz fertig geheißelt und da haben mehrere wo ist denn unser Ziel ich sehe nur Startpunkte ist natürlich gut Startpunkte ohne Ziel wo ist denn unser Ziel what the fuck und zu glauben aber kann man wahrscheinlich wieder nicht durch die Dudes durch oder naja aber klar achso Moment ich habe einen dicken C tja das heißt wir müssen uns jetzt auf jeden Fall so hinstellen dass wir überall hinkommen am besten noch gleichzeitig das ach guck mal da ist das egal ist das egal ah ja guck mal ah ja gut so jetzt dürfte ich aber eigentlich alles sehen was interessantes was hä war richtig oder nicht hä fack das wird doch vollkommen ok das verstehe ich nicht keine Ahnung falsche Kante oder was ja oh ok da ist auch noch ein schwarzer Punkt jetzt verstehe ich die Problematik das ist natürlich ein bisschen doof das ist natürlich ein bisschen doof ah ja gut wenn die Dudes mit ihren dicken mit ihren dicken Füßen nicht hier überall rum stehen würden ne dann wäre das alles um einiges simpler wärt euch Jungs befohlen ach grrr ok aber das ist ganz offensichtlich fuck wie wie soll ich das machen der Dudes steht mir doch immer im Weg oder oder und vielleicht so nicht doch so natürlich aber oh nein aber jetzt kann ich das so weg aha aha so jetzt ist die Frage ich hab ja noch zwei wo muss ich denn hier mit hin auf die andere Seite oder ok ok jetzt stelle ich mich denn jetzt hier am besten hin wahrscheinlich so hm oh doch nicht so so irgendwie so irgendwie ich müsste irgendwie und komm ich da noch rum ja komm ich das ist natürlich komm was du machen uah nicht runterfahren oh ok einer noch einer geht noch ok also von hier nach dahin Moment aber von wo aus überhaupt das ist glaube ich der schwerste ne ich komm also komm ich ja gar nicht rein weil der wieder seinen dicken C am ausfahren ist hier ja jetzt würde ich da rein kommen ja jetzt würde ich da rein kommen ok ähm komm nur erschwert wieder zurück immer komm nur erschwert wieder zurück immer und kann ich dann mich auch einfach so machen ach ne so nicht andersrum wird so ein Schuh los ein den man anziehen kann so ernst cool heh what the fuck so vielleicht so so Moment jetzt habe ich mir ein bisschen das war ein bisschen zu krass die Perspektive hey what the fuck das ist doch so ein das ist doch wenn du behauptest das ist doch so ein Millimeter Ding Moment probier uns aber nichts das der Kabel ist auch schon zu viel warum liegt da überhaupt ein Kabel das ist doch was wir müssen da einfach so ein hm wie hast du dir das vorgestellt was zum Fick was zum Fick natürlich so es gibt das 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 Problem ist jetzt aber das ist doch immer noch das ist doch immer noch ich müsste da mehr oder weniger what the fuck ich muss mich irgendwie woanders hinstellen was ganz nahe da ganz nahe da aber ganz nahe da dran dann sehe ich ja nicht alles hey kann ich irgendwie die schwarzen einfach nur isolieren die schwarzen zu isolieren das nahe zu mir oh weil so vielleicht nicht und dann ah da dicke Knie ey was soll denn das so dann 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 ich kann ich das doch im effekt so machen wie grad eben nur dass ich den anderen anfangen habe das muss es ey ich sage das denn das muss es eigentlich sein Soviel mag es sicher sein. Aha! Ah, guck, jetzt haut ihn. Soviel mag gesagt sein. Was ist das? Überwachungsbildschirme. Und eine ganze Menge hochgestapelte Stühle. Soviel mag sicher sein. Jo, das sind alles Gebiete, wo wir waren. Ist ja ganz cool so. Aber irgendwie sind auch alle Kameras so ein bisschen am Arsch. Aber nur ein bisschen. Gut. Kriegen wir jetzt gleich unseren Aha-Moment. Ich bin gespannt. Durchaus gespannt. Oh, was haben wir hier? Kann sich leider nicht drucken. Aber in erster Linie haben wir dann einen weißen Raum. Und schon wieder... Schon wieder... Dingsicht-Störungen. Ach Gott. Kann man nur... Tatsache. Könnte man theoretisch sogar wirklich dran rätseln. ... Hier ist noch ein Rätsel? Okay, da sind wir noch nicht ganz durch auf jeden Fall. Soviel mag gesagt sein. Guck mal an. Das ist mehr oder weniger... Wie möchte ich... Wo möchte ich meinen... meinen Weg darum lang... haben... langführen lassen. Das ist das Schwachsinn. Das ist ja mal wieder konsequenter Schwachsinn, ne? Wo geht er da? Hä? Alle... Alle haben geblinkt. Das kann ja nicht. Also doch, Mon, das kann sie wohl. Fuck. Ja, whoopsie-daisy. Äh... Ja, gut. Und... So wieder mal. Aha. So, jetzt bin ich gespannt.